mir das ist da auf und sieht das überhaupt jetzt hier durch die menge ist das nett er hat sie echt gerade gesagt so warum ich jetzt gerade übrigens da lang weiter ist weil das wohl glaube ich angenehmer ist für die berge wenn es kommt und zu kohle des piri täters rion von argos wir holen da jetzt mal nein nein ich sehe es schon hohe mauern hohe große lange bauern neuer ordnet argos da ist es so leute wir müssen und zehn schnappen und zwar so dass ich keine probleme mit den anderen bekomme hier gegebenenfalls noch in der gegend um tun der bild ist poseidon ist denn da kann ich nicht rein übrigens ist irgendwie noch ein dreck fest hier die weng weng das gefällt mir zum beispiel schon mal gar nicht ich glaube ich muss das mal so probieren wir haben ja jetzt hier das neue schwert bringt uns auch nix was haben wir hier und was haben wir hier attentatschann 12 prozent sauber das ist gut aber ach so jetzt weiß ich was ich machen wollte ich habe und zwar hier wollte ich rein feuerpfeile haben wir sprengpfeile das hat jetzt gerade mal richtig holz gekostet aber hier ressourcen sind momentan egal ganz gut na ich habe auch schon lange nichts mehr gemacht also gemacht im sinne von wegen dass ich da nicht umgeheiert bin da mag man das man ist ich glaube ich habe den getötet ein schuss und weg ok also wenn die jungs jetzt noch abhauen dann habe ich meine ruhe was haben wir noch für feite was denkst du ja wo geht die hin die sind immer noch zu nah an dem vogel das ist mein problem und ich glaube die greifen mich an nur deswegen lunger ich hier oben noch auf dem dach um bis dahin 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 Jetzt will ich gerade verarschen. Warum haust du jetzt ab? Du weißt, wo der Schütze ist. So, der ist tot. Griechenland wurde endlich befreit von dir. Supi. Das soll wahrscheinlich den Heimschaden zurücknehmen. Das ist Hippokrates Klinik. Äh, falsche. Ja, dann gehen wir doch da gleich hin, würde ich sagen. So. Weiter machen wir die Quest nämlich auch gleich. Äh. Da waren wir übrigens in den ersten Part von dem jungen Mann da in... auch keine Ahnung wo der war. Äh, auch erledigt. Herr Doktor! 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 Die ist ja gut drauf. Allen Göttern sei Dank, sie ist weg. Ich dachte, dieses Mal bringt sie mich um. Worum geht es hier? Ich bin Sostratos. Krysis beschuldigt meinen Meister Hippokrates der Gottlosigkeit. Und? Ist er gottlos? Er glaubt, dass Menschen sehr viel mehr für ihre Gesundheit tun können, als zu beten. Sie können sich sogar selbst heilen. Faszinierend. Kann ich mit ihm sprechen? Leider nicht. Er ist nicht da. Ich muss Hippokrates treffen. Ist er wenigstens in der Argolis? Ja, aber er ist südöstlich von Heras Wache, um den Kranken und Verletzten zu helfen. Und hier arbeitet er? Das ist Hippokrates' Klinik. Hier erforschen wir die Heilung, bieten Behandlungen an und kümmern uns um alle, die es wünschen. Warum arbeitet er nicht mit den Priestern im Heiligtum des Asklepios zusammen? Dafür ist die Region doch bekannt, oder? Die Priester geben ihr Bestes, aber ihre Methoden sind veraltet. Hippokrates sucht nach neuen Heilmitteln und Behandlungen. Ich finde ihn. Wenn du dich auf den Weg zu ihm machst, kannst du vielleicht eine Kleinigkeit für mich erledigen? Kommt ganz drauf an, was? Ich möchte, dass du ihm ein paar seiner Utensilien bringst. Er ist überstürzt, aufgebrochen und vergaß sie. Was sind das für Utensilien? Nur einige medizinische Dinge. Messer und Fäden für die Nähte, Verbände. Oh, und ein Beutel, um die Gedärme zu leeren. Das ist hoffentlich gut eingepackt. Ich kann das für Hippokrates mitnehmen. Ehrlich? Wie sie ihm die Nase schön gerümpft hat. Ähm. Ja, aber ich mache es nicht umsonst. Hier, nimm das. Vielleicht kann Hippokrates dir ja noch beibringen, dass man Menschen in Not hilft, wenn du mit ihm sprichst. Woran kann ich ihn denn erkennen? Suche südöstlich von Heras Wache, in der Nähe der Höhle des Pan. Er steht dort vor einer langen Schlange kranker Menschen. Du erkennst ihn an der kahlen Stelle. Aber sprich ihn bloß nicht darauf an. Okay. So viele Kranke. Kann ein Mann allein ihnen helfen? Keine Ahnung. Also alleine glaube ich wohl weniger. Das ist wohl weniger. Alleine wird das wohl nicht funktionieren. Los, komm hier, Pferdchen. Oh. Wird gar nicht hier lang reiten, weil... Dann kann ich hier ein bisschen noch... Ich glaube hier ist auch ein bisschen besser. Ich glaube hier darf man noch ein bisschen Holz haben. Oh Gott, dass ich das so was sage, Alter. Ich meine nur, ne? Einfach mal hier langkugeln. Aber dafür treffen wir jetzt Hippokrates. Hippokrates. Scheinbar. Oh, der ist ja irgendwie oben auf dem Berg oder so. Auf diesem Wien. Ich meine, wo ist jetzt besser? Von hier? Ich glaube. Ah, gut geraten. Das ist ein bisschen... Also, was wissen wir über die Krankheit dieses Mannes? Er leidet an übermäßigem Auswurf? Auf den ersten Blick stimmt das. Aber bedeutender ist, dass er an Vernachlässigung leidet. Wie das? Gutes Essen, warme Kleider, das hätte ihm schon geholfen. Aber weil die anderen Helfer davon ausgingen, dass sein Zustand eine Strafe der Götter sei, haben sie ihn vernachlässigt. Jemand, der mit Traditionen bricht. Du musst wohl Hippokrates sein. Ja, und ich bin beschäftigt. Es dauert nicht lange. Ich will dich nicht von deinen Patienten fernhalten. Und deinen Schülern. Beobachtung, Erfahrung und das Experimentieren sind essentiell für eine Behandlung. Das lernen meine Anhänger. Ich komme von deiner Klinik in Argos. Sostratos bat mich, dir das hier zu geben. Natürlich hatte ich etwas vergessen. Sostratos ist ein guter Arzt und der beste Schüler, den man sich wünschen kann. Hast du ihn um Bezahlung dafür gebeten? Natürlich. Ich bin eine Söldnerin. Ehrig, aber immerhin ehrlich. Wie darf ich dich nennen Söldnerin? Cassandra von Sparta. Was verschlägt dich hierher, Cassandra von Sparta? Äh. Hippokrates, ich brauche deine Hilfe. Man sagte mir, dass du einst meiner Mutter geholfen hast. Ich bin auf der Suche nach ihr. Wir sehen hier jede Menge Mütter. Sie kommen den ganzen Tag, damit Hippokrates sich die Kinder ansieht. Vielleicht können die Priester im Heiligtum des Asklepios dir helfen. Sie notieren akribisch, wer alles da war. Bitte, Hippokrates, ich bin weit gereist, um dich zu treffen. So wie der Kranke hier und die, die vor ihm kam und der vor ihr. Meine Patienten brauchen mich. Doch meine Notizen zu den Krankheiten des Geistes wurden gestohlen. Hol sie zurück und ich werde dir helfen. Schnell, diesem Patienten bleibt nicht mehr viel Zeit. Sostratos hat gesagt, du wirst nicht gerne angesprochen auf deine... Du weißt schon. Meine was? Deine Haare. Ihre Abwesenheit. Mach du nur Witze. Du läufst immerhin herum wie eine lebendig gewordene Statue von Phidias. Wo soll ich nach den Notizen suchen? Nicht weit von hier in der Festung Tirins. Vielleicht geben sie sie dir, wenn du fragst. Oder sie bereiten sich auf ihren nächsten Kampf vor. Gegen mich. Wer bin ich, dass ich einer Söldnerin sagen könnte, was sie tun soll? Aber bitte, töte nicht grundlos. Es wurde schon genug Blut vergossen in diesem Krieg. Hat Krüsis deine Notizen genommen? Ach, du kennst die Priesterin. Nein, sie nicht. Aber der örtliche Befehlshaber des Militärs. Ich kann ihm seine Verzweiflung nicht verübeln. Diese Männer leiden an ernster Kampfmüdigkeit. Sie kam vermutlich vor langer Zeit mit einem verletzten Säugling hierher. Bist du sicher, dass sie zum Heiligtum des Asklepios gegangen wäre? Damals war ich ein junger Mann. Wenn ich Fälle hatte, die mich überforderten, schickte ich die Patienten zum Heiligtum. Und die Priester haben Aufzeichnungen über alle Patienten? Ja, in Stein gemeißelt. Der älteste Priester erinnert sich vielleicht. Was ist eigentlich so interessant an diesen Notizen? Es sind meine Aufzeichnungen über die Krankheiten des Geistes. Auch über die sogenannte heilige Krankheit. Daran leidet dieser Patient. Er verliert die Kontrolle über Gliedmaßen und Rachen. Schaum steht vor seinem Mund. Ich fürchte, er wird bald nicht mehr atmen können. Das hört sich eher... Wie heißt das hier nach... Ach, eher von den Tieren, Mensch. Ich werde mein Bestes geben. Viel Glück. Wo du von Tieren bekommen kannst. Ich komme gerade Tollwut. Dreiunddreißig. Wut, 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 wut. So, mehrere Quests angenommen. Ja, genau. Haben wir. So, erstmal... Zack, zack. Zweitens... Äh, ne, Inventar. Können wir erstmal wieder durchgucken. Na, die werden nicht besser sein. Genau. Ähm... Zweitens, Fähigkeiten. Wir haben einen Fähigkeiten-Point. Und dann ist die Frage, ob wir den gleiche opleiten. Oh, Schwerstufe 5 wieder. Schwerstufe 5. Zeit. L, B und A. Was haben wir hier? Das ist alles Schwerstufe 5, ne? Also auch hier. Ja. Obwohl, wir können ja das auch nochmal machen. Oh, wobei... War das gerade eine gute Idee? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich hätte hier irgendwas machen sollen. Ja. In der Richtung hätte ich... Äh, egal. Egal. Aha. Dann können wir nochmal den Kultisten hin. So. Der Weiser ist ein Spion. Der Weiser heißt der Schatten. Auf einer Agora. Der Weiser ist nix. Und es fehlt noch ein Hinweis. Dann können wir den Typen... Die, die... Äh... Dann können wir den da hier sogar hier echt platt machen. Ist ja geil. So. Aber. Erstmal speichern. So. Dann sind wir hier wieder drin. Und gut ist.